«Guyuyuyus ich meinang, buiuyi Hans-Peter!» «Häutiges Thema, Locken, Jungen!» Untertitel «Was jetzt?» Die machen jetzt in Bern wieder eine Henna-Gogufuhr. Die einen wollen erst lockern, wenn die Zahlen nicht mehr auf sie gehen. Und die anderen wollen dann eben subito lockern, auch wenn die Zahlen immer noch auf sie gehen. Da fragt sich du, ist das logisch? Müssen wir da nicht zuerst abwarten, bis die Zahlen wieder oben runter... «Papperlapap!» «Fertig!» «Zahlen hin oder her!» Und sowieso hören wir auf mit Zahlen. Das ist doch ja, ja, rational ein kurzer Mist. Zahlen sind subjektiv. Das ist alles eine persönliche Empfindung. Für die einen haben Zahlen eine Farbe, für die anderen haben sie ein Geschlecht. Das sieht jeder anders. Aber was heisst jeder? «Jede?» «Oh, jeder!» Zahlen sind gender. 1, 2, 3, 4, 5 sind weiblich, 6, 7 sind männlich, 8, 9 sind weiblich, 10 sind männlich, dann hört es nicht mehr auf mit weiblich. Und dann gibt es ja noch Geschlechterneut- jaja-jaja-zahlen, bei ihm-zahlen natürlich. 7, 17, 37, 101, 103, weisst sowieso nie genau. Und von der sexuellen Wir haben jetzt gar noch nicht gesprochen. Und wenn du noch an einer diskriminierten Minderheit hörst aus einem Kanton wie Zug oder der Schweiz, dann siehst du das nochmal anders. Moment. So, die, die lockern wollen, ja gar nicht. Die sind ja gegen solche Sachen. Die sind eigentlich gegen alles, ausser eben zu lockern. Wenn ihr weiter rauskommen wollt, müsst ihr halt nicht solche Videos anschauen. Ich habe ja auch nichts dafür, dass es in Bern nicht und läuft. Wir machen doch einen Selbsttest. Ihr könnt ja über einen Hartöpfel sagen. Und wenn ihr sich ja 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 verfärbt, ist die Pandemie vorbei, was weiss ich. Ich habe das vorher ja 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 gemacht. Ist ja so vorläufig noch nichts. Fertig.